Freunde, ich grüße euch. Der Herbst ist in vollem Gange und das heißt, es ist Zeit zu gehen. Widmen wir uns unseren Obstbäumen. Wussten Sie, dass es derzeit Oktober und November ist? Der richtige Zeitpunkt, um sie vor Frost, Krankheiten und lauernden Schädlingen zu schützen. Wintermonate. Möchten Sie, dass Ihre Bäume gesund und bereit für die nächsten sind? Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende der Saison bei uns, denn wir werden die Wichtigsten mit Ihnen teilen. Schritte, wie Sie Ihren Schutz gewährleisten und Ihnen das Geheimrezept zeigen. Sie möchten es nicht verpassen, aber abonnieren Sie dazu zunächst unseren Kanal. Habe alle unsere nützlichen Tipps befolgt. Also lasst uns zu unserem Gehen. Video. Warum ist der Schutz von Obstbäumen im Herbst so wichtig? Bei sinkenden Temperaturen. Obstbäume werden anfällig für Frostschäden, Krankheiten wie Pilzinfektionen, sowie die Angriffe verschiedener Insekten, die im Winter einen sicheren Unterschlupf suchen. Und wie? Um Sie auf die kommende Erkältung vorzubereiten, müssen mehrere Schritte unternommen werden. Wichtige Schritte. Entfernen Sie zunächst unbedingt alle abgefallenen Blätter und Früchte vom darunter liegenden Boden. Bäume, weil sich dort Schädlinge und Krankheiten entwickeln können. Dann ist es Zeit dafür. Fahren wir mit dem nächsten Schritt fort dem Färben der Bäume. Anwendung von Schutzmitteln. Kalkmischung hilft nicht nur, die Bäume vor Frostrissen in der Rinde zu schützen, sondern auch schreckt viele Schädlinge ab. Die Zubereitung dieser Mischung ist einfach und liefert hervorragende Ergebnisse. Bevor ich Ihnen das Geheimrezept zeige, worüber wir am Anfang des Videos gesprochen haben, ist es wichtig, dass Sie einen weiteren Schritt kennen, nämlich Mulchen Sie den Boden um den Baum herum. Mulch wirkt als Isolator und hilft dem Boden. Speichern die Wärme und schützen so die Wurzeln vor niedrigen Temperaturen. Es verhindert auch hemmt das Wachstum von Unkraut und speichert Feuchtigkeit, was in den Wintermonaten äußerst nützlich ist. Und jetzt Kommen wir zu unserem Rezept. Um Ihre Obstbäume weiter zu schützen, können Sie folgendes tun. Stellen Sie eine natürliche Mischung her, die bei der Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen hilft. Alles Sie benötigen 5 Liter Wasser, 2 DL Milch und 3 Knoblauchzehen. Diese Mischung gut. Mischen und besprühen Sie die Bäume vor dem ersten Frost. Milch funktioniert. Als natürliches Fungizid und Knoblauch stößt viele Insekten ab. Wenn du deins willst. Damit die Bäume gesund und bereit für den Frühling sind, sollten Sie diese unbedingt anwenden. Schritte Liebe Freunde, schickt dieses Video an eure Freunde in sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal. Wisstens